Das ist die Piste nach Mödrodalur, der erste isländische Schotter unter unseren Rädern. Da ist der Fahrer! Diese Traumpiste bringt uns zur Ostseite des Detifers. Nun fahren wir auf der F8-21 von Akureri nach Lögerfell, einer Oase mitten im Hochland. Die Straße führt meistens neben dem Folos entlang, manchmal aber auch durch. Zum Ende des Tals verlässt die Straße den Fluss und bindet sich über diese schmale Straße aufs Hochplateau. Die Straße des Flusses Commandos wird in der Mitte des Flusses vor gezogen. Die Straße des Flusses ist vor, dann in die Serie und den Flussern. Und hier ist der Fahrer bei der Schmerzarbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Keine Ahnung, ob das auf dem Foto wirklich rauskommt, wie gut die Straße hier ist. Immerhin sind wir jetzt oben angekommen und es wird auch wirklich bald besser. Und das ist das Ziel der Reise, die Oase Lögerfell. Hier ist es ziemlich stürmisch. Zum Ausgleich dafür ist das Wasser natürlich warm. Bis zum Ausgleich.